Schnellkraft, Mut, Fairness und Stehvermögen – typische Rapid-Attribute, die die Fußballer und Boxer des SCR in der Zwischenkriegszeit gemeinsam im Boxring trainiert haben. Wir lassen diese alte Tradition auferstehen und haben Stefan Stange, den Linksverteidiger von Rapid, in einen Boxclub geladen. Das ist natürlich spannend für mich. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt und ich hoffe, das wird jetzt eine super Stunde. Auf Wiedersehen.